Da hinten haben wir, was soll denn das sein? Warte, der Schattenläufer kann das sein? Da geht er nach Setter Rief. Schattenläufer, da schon. Schattenläufer in freier Wildbahn. Können wir am liebsten. So, geh. Für die DF. Au. Na gut, das war schon. Da ist das Ende des Schattenläufers. So schnell kann es gehen gehen. Was haben wir durch? So. Eine Knochen-Tassel. Oh, ich hab ein bisschen geredet, oder? Kann ich sein? Okay. Die Prawler am Prawler-Teich. Da stehe ich ja. In Badeveranstaltungen, oder wie? Hier. Hier. Die können ja den Blutbaden. Die müssen wir gerade rauschenken. Au. Gucken wir mal an mir, ey. Der Fix. Der ist ein lästigen Prawler. Am Badeteich. Der ist nicht los. Der ist ein bisschen ungeziefer. Hier. Der ist nicht los. Der ist nicht los. Der ist nicht los. Der schlusser. Der ist nicht los. So, wie schaut's da hinten aus? Aha. Wieder bloß Wildcamper. Dracom! Steh, die Banner. Wer dich macht? Komisch. Scheiße, komm da raus. Meine Freunde. Wer lügt? Da vorne. Der Feld hat sich gelichtet. Im wahrsten Sinne. So, dann kriegen wir da. Was haben wir denn? Neue Waffen können ich brauchen. Schild, brauche ich gar nicht. Ein Schattenläufersteak. Okay. Spangenrüstung. Langschwert. Pass auf, die Rüstung. 140 Rüstung. Da schau her. Die besser. Schon, gell? Geil. Wird immer Zeit. Hade Fähigkeiten. Hade Fähigkeiten. Kann nicht sein. Geil. Geil. Und da vorne wird da eine Brücke. Geil. Geht da noch Settarif. Kann nicht sein. Kann nicht sein. Geil. Dann Tiro. Na endlich. Ich dachte schon, die Schattenläufer hätten dich gefressen. Was redest du da? Glaubst du etwa, wir sind Freunde? Freunde? Mitnichten. Ich weiß, dass du Diegos Laufbursche bist. Ich weiß auch genau, wer dein Herr ist. Ja. Ich weiß, dass du weißt. Wir könnten dieses Spiel den ganzen Tag spielen, aber das ändert nichts an der Situation. Ohne mich kommst du nicht in den Tempel. Warum sollte ich einem von Hagens Spionen glauben? Wenn ich dich nicht bräuchte, hättest du längst ein Messer am Rücken. Tatsächlich? Und warum sollte ich dich nicht jetzt an Ort und Stelle in den Boden stampfen? Siehst du den Steinblock mit den Ketten? Er ist die Brücke zum Tempel. Um ihn herüberzuziehen, müssen wir die beiden Hebel dort hinten gleichzeitig umlegen. Es gibt einen Weg zu jedem Hebel. Der eine ist ein feuriger Spießrutenlauf, beim anderen landest du bei einem Fehlsprung in der Säure. Na schön, ich arbeite mit dir zusammen. Welchen Weg traust du dir zu? Die Wahl des Weges überlasse ich dir. Sie liegen beide unter meinem Niveau. Äh, ja. Pass auf, den nimm ich mal. Was ist mir lieber? Feuerbälle oder Säure? Ich kümmere mich um die Feuerbälle. Ein halbblinder Kerl wie du schafft sowas nur mit Glück. Dieser Halbblinde hat bereits die Schlüssel erbeutet und beide Wege ausgespäht schon vergessen? Hier, stirbt nicht zu früh. Meine Rede. Danach. Muss ich dich leider töten. Du wirst die Schmiede des Königs nicht besudeln. Die Schmiede des Königs? Du wirst nur der Erste sein. Für Ivy. Für Alma. Für Feschir. Ja, pass auf. Jetzt werde ich erstmal mit den Typen zusammenarbeiten, gell? Und dann erschlohen gehen. Möcht' dann da hin. Da oben. Durch die Feuerbälle. Wobei... Kann nicht so schlimm sein, oder wie es ausschaut. Wo gehen wir denn raus? Scheiterefrei durch ihn. Du steckst du natürlich. Aber hoit dick. Ich sehe immer wieder rennen können. Dandero, bin auf die Fersen. Bist du bereit? Du überraschst mich. Wo ist das Messer in meinem Rücken? Dafür bist du leider zu... kompetent. Aber keine Sorge. Ich habe natürlich etwas vorbereitet. Es dürfte bald zünden. So ungefähr... Was? Jetzt! Und jetzt! Aha! Hol' ich, Homme! Geht damit! Die verdrug' ich schon! Die Steppen! Nicht verdrug' ich da! Geht weg! Oh, hallo! So! Freunde! Geht weg! Geht weg! Geht weg! Geht weg! Geht weg! Das blöd ist, es gibt keinen Aufgeh. Geht weg! Geht weg! ニ Geht weg! Geht weg! Hör mal! das war ihr, hier noch, meister Tadiero persönlich, wobei, liegt schon, diese Pfeife. Tanzen derselbe, soja, der tanzt nimmer. Der tanzen derselbe, Schaden 32, 36. Ja gut, hauen wir ab. So, mit Willis. Mein Crawler. Der Mancrawler. Was hat er denn dabei? Mancrawlerfleisch, oh. Ist ja ganz gern. Best mit Knoblauch. Pass auf, zwei Wege. Geht nüt'n aus. So, da dreht der Mancrawler, ist ja unwiesen. So, da dreht der Mancrawler. Der Tag der Entscheidung ist nah. Was sagt er? Der Tag der Entscheidung. So, da dreht der. Der Tag der Anstieg. So, da dreht der Anstieg. So, da dreht der Anstieg. So, da dreht der Anstieg. oder ein knapp aufstieg knapp aber tot sicher mit an du beli artefakt ja besser auf den homie schon mal gut geh doch geht dann wahrscheinlich Wie schaut denn aus? Geht er aus? Er ist gekommen. Er ist gekommen. Warte, geht erst einmal wieder. Es war nämlich unten auch noch ein Weg. Pass auf, das waren die. Da drüber in den Seiten. Hallelu. 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 warte mal mein aufstieg der schlag hagel unbegrennte anzahl von attacken jeder mit und um die zähigkeit da wo es versteckt nicht gut so gnädig warnt nicht du geh da bleib' ja lass uns spät die musik das küsterl das gefrorene herz etwas klopapier natürlich so war die abgezogen der talisman plus 20 rüstung rüstung hat der konig mehr nachkampf und dann lebe ich jetzt scheiße wohin jetzt muss ich oh gott da führe ich die trappen hinauf an die frische luft wenn er nicht kommt mein crawler soldat der muss ich ein bisschen mehr einstecken hier Das ist ja hüch oder? In der Gruft haben wir nix. Ein schwarzer Diamant. Gesplittertes Obsidianschwert. Ein Brillenhelm. Ich weiß nicht, der kann glücklich sein. Sturmschwert der Obsidien-Garde. Ich glaub, da waren wir richtig dran. Ja, pass auf. Mas Mortis mit Schaden 36. Und da hat man Schaden 43. Sehr gut. Und dann hab ich noch, warte mal. Einen beschuldeten einen Helm gekriegt. Ein sauberter Kamhelm. Ein bisschen geh. Hört mal aus wie ein Suppendopfer, weil es ja wurscht. Ein bisschen schaden. Ein bisschen schaden. Vielen Dank.